Das Kinder- und Jugendparlament ruft auf zur kommenden Wahl. Du hast Lust, sich zu engagieren und die Interessen aller Kinder und Jugendlichen Marburgs zu vertreten? Dann lass dich vom 15. bis zum 26. Januar an deiner Schule zur Wahl aufstellen. Gewählt wird vom 26. Februar bis zum 15. März, ebenfalls an deiner Schule. Werde aktiv, sei laut und zeige mit deiner Stimme, dass du etwas bewegen möchtest. Zur Wahl zugelassen sind alle und ausschließlich Schülerinnen und Schüler, die in Marburg wohnen und oder hier zur Schule gehen. Als demokratisch gewähltes Organ hat das KIOPA ein Rede- und Antragsrecht vor der Stadtverordnetenversammlung und so die Möglichkeit, die Stadt aktiv mitzugestalten. Für weitere Infos und um dir ein Bild zu machen, schau gerne auf unserer Seite vorbei. Hier findest du unter anderem auch Bilder und einen ausführlichen Bericht vom Highlight aus 2023, dem Besuch des Bundeskanzlers bei uns im Erwin-Piskato-Haus. Warum genau es sich lohnt zu kandidieren, zu wählen und am KIOPA teilzuhaben, erklären dir die KIOPAlerinnen und KIOPAler am besten selbst. Ich muss sagen, dass mir das KIOPA sehr viel bei meiner politischen Meinungsbildung, aber auch meiner Allgemeinbildung geholfen hat. Es ist cool mitzubestimmen, was in der Stadt passiert und seine eigenen Ideen und Meinungen einzubringen und etwas zu verändern. Man lernt Leute kennen, man kann etwas bewirken und lernt für sich selbst ganz viel. Da wir die Interessen aller Kinder und Jugendlichen Marburgs vertreten, bietet das KIOPA die einzigartige Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen und aktiv an demokratischen Prozessen teilzunehmen. Das große Highlight neben den ganzen Ausflügen ist immer die große KIOPA-Abschlussfahrt. Letztes Jahr ging es nach Berlin. Das war sehr interessant und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Du hast es gehört. Sei dabei und entscheide mit.